Wir sind noch im zweiten Teil, aber noch immer im Festzelt, wo gerade an die wir gedanken, wir beten an die Nacht der Liebe. Und danach die Nationalrunde. Danach ging es zum geselligen Übersein, wo wir aber mit der Kamera nicht mehr dabei waren. Wir waren erst wieder Montag beim Zapfenschleich an der St. Engel-Gartus-Kirche mit der Kamera. Aber was gleich Sie hier auf diesem Kanal sehen. Sehr gerne. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ja, kurzer Jetzt zieht Tom Krönow das kommende und Antikonispaar und die neuen und alten Müllenträger ins Festzelt um in wenigen Stunden die Umkrönow statt zu finden Das hat euch ja ein guter Schatten aus Köln waren wir zum Krönungsplan nach Köln-Legen gekommen mit Köln-Legen Köln-Legen Ja, die Untertitelung. BR 2018 Himmel & Ed waren am Freitag, Samstag und Montag als Unterhalter im Festzelt zur Unterhaltung der Gäste und der Schütze vor Ort. Die Gruppe Himmel & Ed ist eine Gruppe aus dem Freiland, die sich nun in Köln auch immer regional zeigen, ihr können zeigen, wo Spaß am Gesang und Musik und Gesang haben und das schon seit mehreren Jahren. Hier durften die Königspaare der anderen Gesellschaften und Majestäten hier auf der Tanzwäsche im Schützenzelt von Köln-Reewe den Nieren-Tanz machen. Musik 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 Aber ich darf nicht verschenken, den Regeranten, du bist und verraschend bist, wie auch sehr gut, dass wir zufrieden sind. Schönen Dank dir. Auch du musst dich leider von dir erzählen, von der Gärten muss er die schönen Scherz. Den Augen darfst du ja behalten und die Ecke holen in das schöne Jahr. Das ist ja, ich darf nicht. Danke schön. Danke schön. Zwischenmal Junge. Dann wurden sie gebetet. Dann wurden sie nachgesagt. Überall, so wo wo es gab, lädt er da, der Schraub kam raus. Und einmal stand er da, dreimal Papier verhissen. Ich dachte, ja, ich darf uns. Ja, das fehlt es doch gar nicht. Ja, und einige Jahre später dreimal schüttelt. Dr. Darin war gut. Und jetzt ist das dritte Mal gut, König. Herzlichen Dank, Dr. Darin. Also, dann brauche ich dir nichts für die Zukunft als nächster König. Nimmst du dich für zwanzig, in zwei, drei Jahren darfst du auf den König schießen, vielleicht? Jetzt sind wir ein weißer Dr. Lücher. Das habe ich schon mal gemacht. Vielen Dank. Liebe Katharina. Liebe Katharina. Liebe Katharina. Liebe Katharina. Wir von der Gruppelstaat wünschen dir für eine weitere Zukunft. Alles in den Griegeruchte. Möbelst du weiterhin so ehrlich und so spät und mit dir sein, so wie die es mit dir aussieht. Dankeschön. Danke. 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 GINSKSON Die zweite, kann man vergessen, man muss über alles drüber wegschauen, aber ich habe Ihnen eine Ohrenlacke gestellt. Und so wie der Michael, er macht ja musikalisch über uns, macht ja die Musik dann im Verfahrenzug, werden wir mit dir viel, viel Spaß haben. Ich sage, ich bedanke und freue mich auf die Wunderwürde. Grüß auf die Wunderwürde für mich, Svenja Kopp. Die Wunderwürde, die Wunderwürde, die Musikalische Wunderbegleite. Ja, auf die Wunderwürde jetzt das ganz fein schwingen, aber mit was Modernes. Wir sagen, wir machen das auch Max-Gelan Muchshamund ein, Wie willingness die Wunderwürde, die Musik love für sie sich und ihr euch sprächelt. Die Wunderwürde, die Musik 그런 muss genau sein. Sie haben die Wunderwürde, die Musik von zerst靠箴isch über je gut novel&��ationen. Steine Musik, wenn du also lesst, bercht zu müssen. Sie müssen Sie zusammen ein sohn, ich will science toeren, Sie müssen hier auch über 90-unzunzunzunzunzunzunzun temps und ihr euch op Unsicher 밥 dich Subaru wäre, Das war's für heute. Wie man sieht, hatte die Jungen auch richtig viel Spaß dabei gehabt. Leider haben wir nicht volle Länge, denn wir wollen ja noch die anderen. Jetzt sind wir bei der Abfolgerung von Sabine und Josef, die ein Doppelskönigsjahr 2014 und 2015 führten Spaß am Rund aus dem Sömeritz-Wirrgang und ihr Kröno gewesen am Freitag mit dem Schützen durch den Sömeritz-Wirrgang. Aber nicht wie der große Montagzug oder der Fettelzug, sondern von der Torburg Richtung Alterspolizeipersibium. Nein, wir sind entgegengesetzt den Regierenden. Die Polizei war sehr gut und unwahrscheinlich. Die KVP hatte Verständnis, dass alle Busse alle Tagstunden verspätet hatten. Die haben sich gedacht, wenn die Burgesmann steigen darf, dürfen wir etwas leichter machen. Ich fahre mit dir an. Du musst dich leider, leider von deinen Kopfschmerzen töten. Lekhemd, wenn du sie vom Nasten befreitest. Vorsicht, vorsicht! Es sind noch alle da, es sind noch alle da. Auch für dich geht ein wunderschönes Jahr zu Ende. Den Kredit bestätigen Millionen für die Bücher machen. Aber es stand ein Kaiser in den Stadflöschern. Und wenn er ein Kaiser wieder will, muss er nicht bei mir leider zurück werden. Lieber Josef, auch dein Jahr, es war traurig. Es war nur Sonnenschein gar nicht gewesen. Und du darfst dich jetzt auch von deiner Welt getötet haben. Sieh und Josef. Nimm das. Sieh und jetzt. Pratet mit dem Vorredner. Denn es wird dich auch, wurde wieder da. Und du, sieh und jetzt war. Jetzt ist alle Zeit vorbei. Und du bist vorbei. Und du stehst auf sein. Darum freut es mich immer wieder, dass einer da ist und möchte gerne Königsteine, dass es in diesem Jahr direkt bei Aspiranten war und zum Teil der Welt ist auch nicht die Wahl der Welt. Zumal, was wir im Gesicht dem Jahr gesehen haben, was das alte Königs war, zinnigliert hat. Lieber Oma, hier Otto, ihr wart zweimal in unserem Ruderschaft die Lohnenträger. Otto, ihr hattet euer Geschäft noch gehabt, so dass du leider nicht genau mit dabei sein konntest. Du hast doch jedes Mal deine besten Wünsche an die Ruderschaft geschenkt, welche mir dann auch am anderen Bayern weiter sagen. Gott, alle Ehren, es war trotz alledem immer so mit dir, auch wenn du nicht da warst. Otto, ihr wart doch, ihr wart doch wieder! Otto, wir wissen ja genau, wir wissen ja auch, wir wissen ja. Otto, wir wissen ja. Otto, Otto, Otto! Otto, Otto, wir kommen vor, oder? Und hier werden wir etwas Neues erfahren, dass das Leben auch etwas lustig sein kann, nicht ganz so ernst. Und dann ist es halt wichtig, dass wir das ganze Kirche und dann ein bisschen flott sind, ein bisschen nett sind. Und wir sehen, ah ja, es ist ein schöner, es ist ein schöner und es ist auch ein schöner. Also, wir wünschen dir auf allen Fällen, auf allen Dingen, wünschen wir dir, dass du gesund wirst. Wir wünschen dir, dass du besprochen bist, die Krüger haben, nicht wahr? So, mein größter Hund ist mein Gott. Dann haben wir zwei. Lympholaat der Industriegeladen. Also, wir sind da. Viel Erfolg. Viel Sonnenschein. Wir wünschen dir, liebe deine Garte, wie du von Herzen bist. Möglichst du die Gette und du, dass die Erlebnisse für die Stadt weiterhin so alle befreundet und sagen, wie ihr da schon mal gemacht habt, das finde ich schön. Wir haben noch den Fündnisverein, der ist auch wahr. Holger. Oh, der Kasse ist nicht schön. Holger und Otto. Wir brauchen in diesem Moment keinen Eintritt zu zahlen, wenn die beiden ihre Diaryen und die Gette übergeschaltet bekommen. Es ist heute mal kostenlos. Bitte, bitte die Worte. Bitte. Du darfst, der heute seit der Diaryen überreichen. Und du bekommst die Bette der Bruderschaften als König. Und du bekommst die Bette der Bruderschaften als König. Und du bekommst die Bette der Bruderschaften als König. Und du bekommst die Bette der Bruderschaften als König. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses Unterhaltungsweichs-Güppel-Kau begrüßen Sie die Mitglieder und begrüßen Sie Ottomol Holberg-Meyer. Das ist der Unterhaltungsweichs-Güppel. Die beiden werden das Bundesfahrt oder Eiferfahrt überall hier begleitet, soweit es möglich ist. Die Kahn macht ja noch ein klein bisschen Aufwärmung für unsere Ruhlgeschäft zwischendurch. Und der Mimi, der wird dann ein bisschen öfters die Fahrer alleine fahren und dann wird er bis zu für euch. Alles in der Ecke, ich wurde bitteschön. Und jetzt der Kaiserweißer. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu langsam endet dieser Film. In wenigen Minuten ist der Abschluss hier mit dem Kaiserwalzer, mit dem neuen Tanz und dem alten Würdenträger. Der Kaiserwalzer oder Königstanz wird hier nochmal absolviert. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, die Konteneindrücke von den Schützen aus Gölnreel, der St. Engelbertus-Bruderschaft von 1952 mitnehmen. Ich hoffe, die Aufnahmen waren zu Ihrer Friedenheit. Ich muss leider auch immer ein bisschen betonen, ich habe noch immer ein Handicap. So wie es vor zwei Jahren war, wird es wahrscheinlich nicht mehr werden. Ich versuche es zu bessern, aber die Kameratechnik hat sich dafür einermachen und sehr verbessert, dass wir hier fünf Zusammenschnitte von vier Tagen auch über eine Stunde hier wahrnehmen konnten. Die Brauchtumspflege Bild und Ton verabschiedet sich sehr herzlich und ich hoffe, dass wir uns irgendwo auf einem Schützenfest oder auf einen historischen Veranstaltungen, was im Brauchtum zu tun hat. Das kann im Winter der Karneval sein, die Karnevalszüge. Aber zurzeit sind es ja mehr Schützenfeste, Festzüge, Bundespeste. Noch mal einen herzlichen schönen Dank. Das sagt Ihnen die Brauchtumspflege, denn wir kommen und schalten jetzt in wenigen Sekunden raus. Ich sage nochmal, auf Wiedersehen. Von Launrot, Klaus Dieter. Von Launrot, Klaus Dieter. Klaus Dieter. Klaus Dieter. Vielen Dank.